Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boink und das ist die Telltale Serie Batman Episode 2 und machen wir mal direkt weiter. Wir brauchen Antworten. Falcone wurde getötet. Guten Gott! Ich schaue in das, aber ich brauche den Computer für alles, was ich finde. Verbesserung. Alfred, ich werde versuchen, dass ich einige Gefühle von mir beobachten kann. Jetzt können wir ausstehen. Das können wir hier noch gucken. Na toll, sie kann sich an nichts erinnern. Was ist passiert? Oh, aber ich habe dieses witzige Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert. Sergeant, du musst denken. Was erinnerst du? Oh, das ist sehr, ja. Ich glaube, du bist ein Drugs, Sergeant. Ich würde... Es würde viel erklären. Aber wer würde das tun? Aber wer würde das tun? Aber wer würde das tun? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht verletzen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht verletzen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht verletzen. Es war ein Gerät in meinem Ere, das ich verletzen, dass Falcone zu gehen. Und all ich wusste war, dass ich das zu stoppen. Ich hatte, dass ich das. No matter was. Die Reaktionen warum ich sollte... Es war ein Millionen von mir entfernt. Du sahst eine Füße? Du sahst eine Füße? Du sahst eine Füße? Ich... Ich glaube nicht. Du musst wissen, dass du irgendwelche Details verletzen hast. Versuch. Ich erinnere mich eine Hand auf meinem Arm. Sie mich verletzieren. Wie ein Kind mit einem Kind. Die Sprache... Es sagte etwas über... ...Revolution. Die Sprache... Ja, wir glauben dir, ja. Ja, wir glauben dir, ja. Ach nö. Da ist er wieder. Was? Was machst du hier? Meine Freunde in der G.C.P.D. haben gesagt, über eine Art Lockdown? Entschuldigung, Vicky. Ich habe keine Zeit. Ich mache mich nicht. Wo ist es, dass es eine Füße wurde, nahe, wo Falcone wurde. Was wissen, was das? Ich meine, du bist da zurück, wenn es passiert. Sie immer eine Geschichte, oder? Das ist wahr? Ich habe das gesagt. Wo ist es? Was? 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 Das wurde nicht übersetzt. Schade. Okay, noch ein paar kleine Bugs drin in der Episode. Schade. Ach, Telltale. Immer dasselbe. Schade. 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 Ich nehme mir keine Sondagessen mit dem İşbetre心. Es war nicht Falcone der Fall. Eben. Die haben ja gegenseitig von einer anderen Probe profitiert. So, was können wir denn hier machen? Probe aus den Docks, Kontrollprobe, Übereinstimmung bestätigt. Schauen wir doch mal. Kontrollprobe. Was können die Kreaturen von so einer Drone haben in mind? Kampf mit deinen Kriegen ist eine Sache, aber... ...drags mit anderen zu Kampf mit ihnen für dich? Considering die Menge von Falcone, sie könnten eine kleine Armee von remorseless Assassins bauen. Die Gedanken sind schützend. Ihre Drone sind in Position zu triangieren Cobblepot's Location. Wo hat er sich versteckt? Zack, hier haben wir ein Signal. Der Pinguin. Oh, da war er. Na, da müssen wir wohl hin. Oswald. Oh, ja. Komm, 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 ich weiß, dass es noch mehr gibt. Ein Mann vermutlich hat Millionen in seinem Sockdrailer. Wenn Falcone herauskommt, ich helfe dir. Er wird mir töten. Er wird nicht mehr tun. Ever wieder. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Sie zwei, kommen wir in das Office. Wer ist es? Ich weiß nicht. Wo ist es? Wer ist es? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kannst mir helfen. Oder... Woa! Ich weiß nicht. Batman! Es ist Zeit. Du hast einen Krieg gemacht, Boss. Du solltest ein Wort von Dank von Gotham Nr. 1. Wigilante. Ich weiß nicht. Ich gebe dir deine Dank an diejenigen, die das passiert. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Du hörst das, Rowling? Das klingt wie eine Ordnung. Ich werde ihn verraten. Äh... Nein. 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 Das war's als wild. Aber wir sprachen uns nun wieder. Weil wir Sie sollte holen. Wir helfen uns über Falcone einmaler Makes. Ich habe alles vor. Ja, wenn wir das passiert implement tonight anschauen für viele Arme vom Brotot. So wie Wayne und Hill... Normaler Hatern vielleicht etwas debit aileseln zu Arbeiten wirklich ACAD. Er telefoniert erstmal in Seelenruhe. Oh, Catwoman. Oh, nö. Tja. Oh, lass meinen Kopf los. Wupsi. Ich glaub wir sind tot. Der hat meinen Kopf zerquetscht. Hallo. Der Typ ist richtig mies. Wow. Ich möchte fliegen. Wo ist er hin? Aber sollten sie wohl schnell finden. Ohne Umhänge mit Selina treffen. Okay. 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 Das stimmt. Barkeeperin. Was können wir hier noch machen? Jukebox. Okay. Tunes für trinken, tanzen und kämpfen. Nicht unbedingt in dieser Ordnung. Okay. Die Jungs lassen wir mal in Ruhe. Ja. 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 Das ist das. Ja. 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 Dein die ganzen Herzen. Ja. 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 Ich habe nur ein paar. Es ist nicht so, dass du auf Geld spielst. Lass ihn allein, Frank. Der Mann nur versucht zu essen. Er war nicht so, dass er die Firma nicht interessiert. Oder was auch. Selina, ich muss dir etwas wichtiger sagen. Es ist besser eine Entschuldigung. Ihr solltet uns um unsere... ...mutual problemen. Insofern, du hast ihn einfach auf. Das ist warum ich hier bin. Du bist gefährlich. Ich hatte die Rats auf meinem Kopf all day. Der Mann, der du hast. Der Name ist Oswald Cobblepot. Ich habe ihn nie gehört. Er geht mit Penguin. Penguin? Shit. Du musst mich schuldigen. Du solltest mich auf dem Ratsch. Ich bin tot. Wenn du jemanden überrasst, du sie wirklich schuldigst. The Penguin. Penguin kann nicht auf uns beide nehmen. Und ich bin kein Weg. Clearly, du wissen etwas über ihn. Ich weiß ihn nur von Ratsch. Ich bin froh. Ich bin froh. Du hast ihn nie gehört. Er ist großartig aus dem Pond. Er ist mehr gefährlich als du denkst. Ich bin mit Oz. Er ist die erste Freundin. Ich bin froh. Ich bin froh. Worte und eine Pension für theatrics. Ihr zwei haben viel in common. Die Frage ist, warum Gotham? Warum jetzt? Es ist nicht wie er schuldig für crime syndicates abroad. Warum lasst das? Oswald wollte Falcone aus dem Bild. Er sieht aus wie er succeeded. So was? Er möchte seine Platz nehmen? Vielleicht. Für mich. Ich bin hier nicht zu sein, um herauszufinden. Oswald... Penguin ist über die Gott weiß was auf die Stadt. Du kannst nicht einfach weg. Ich bin froh. 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 Wenn Penguin so schwer wie du sagst, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Das Lass ist echt schön. Aber was ist Harvey? Wir haben beide zusammen. Wir arbeiten zusammen. Nachher. Ich bin wirklich eine all-arbeitung- und keine-spieler-artige-artige-artige. Harvey knows that. Keep Harvey out of this, the less he knows the safer he will be. I'm sure his safety is your paramount concern. You and I... Oh, oh. War ja klar. Nein, wir verschwinden nicht. Okay. Jawoll. Oh, ein Messer. Not done yet. Oh, die stehen ja immer wieder auf. Ich glaube, sie wollen mehr. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das kann ich nur zurückgeben. Das nehmen wir mal lieber mit. Und wie es weitergeht, ist ja jetzt richtig spannend. Das sehen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Däumchen nach oben und kommentiert fleißig. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.